Achtung, böse Dämonen und Bestien. Achtung, böse Dämonen und Bestien. Aber es sind viele Schritten hier. Aber es ist eine große Herausforderung. 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 Und es ist eine große Herausforderung. Aber 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 es ist eine große Herausforderung. Und es ist eine große Herausforderung. Wir haben von etwas Abscheulichem auf dem Friedhof des Klosters berichtet. Offensichtlich ist Andariel nicht damit zufrieden, nur unsere Lebenden zu holen. Blutrabe, eine unserer besten Befehlshaberinnen im Kampf gegen Diablo bei Tristram, war auch eine der ersten, die dem Verderben Andariels erlegen sind. Jetzt könnt ihr sie auf dem Friedhof des Klosters finden, wo sie unsere Toten als Zombies auferstehen lässt. Wir können diese Schändung nicht hinnehmen. Wenn ihr wirklich unser Verbündeter seid, werdet ihr uns helfen, sie zu vernichten. Guten Tag. Ich meine, die Schilder sind nicht alle gefehlten. Ich bin alle gefehlten. Die Schilder sind eigentlich nicht die Schilder. Aber das ist ein Schilder. Ich bin alle gefehlten, die Schilder sind nicht gefehlten. Ich bin alle gefehlten. Untertitelung des ZDF, 2020